hallo und willkommen zurück hier zu warhammer und wir schauen mal ob wir da oben jetzt noch hinkommen müssten aber da lang habe ich will aber nicht durch diesen sturm fliegen weil ich wäre ja gern zu dieser mission gegangen allerdings ist die da oben ja auch noch da die hat man fast hat schon fast vergessen wieder wo forschung ist abgeschlossen bau ist abgeschlossen meine ich was man bauen könnten die meditationskammer nur mehr ip das hört sich gut an schnellere aufstieg die einrichtung der medicae erreicht welche meine fregatte auf und stelle direkten kontakt wir werden vielleicht noch einige zeit hier bleiben schlagnahmt die aufzeichnungen deiner befugnis okay solche biomantinnen könnten äußerst kompliziert sein wenn man die patienten nicht selbst untersucht und es braucht zeit um die prozess zu verstehen um die zeit um die prozess zu studieren würde ich sagen dass man nicht schon wieder alles auf null haben zehn tage wir würden mal gucken was passiert in der zeit so ulwin muskelaufbau jetzt überhaupt in unserer kaserne aus der hat auf jeden fall mal eine beförderung verdient und man muss die karen auf jeden fall in lustig hast das will ich nicht erst mal hier das und dann das so hat man noch ein bisschen gibt es ein update dazu gibt es erstmal noch eine blüten aktivität da kann ich jetzt nicht hin oder wie ne ah verdammt also drinnen aktivitäten kann ich jetzt nicht ähm oh vom meisterhand hergestellt wird wenn wir auf jeden Fall Zeitpulser okay da können wir immer noch hin Großmeisterberichten schauen wir mal was der dazu sagt mein apothecaries have reviewed your orspec's readings in detail the trends you've identified do appear somewhat disturbing you have done well to provide me with hard evidence i will send you further support to combat this evil be aware the grey knights are engaged in 89 active operations throughout the imperium so i must distribute our resources carefully commander you are ektar's chosen and he has no doubt provided you with wise counsel what is it you need most for the chapter you should have enough knights to combat this threat however given the challenges of dealing with this inquisitor i will ensure you have access to the warriors you need he mocks me i have witnessed inquisitors of significantly higher sensation of health ja es kann sein dass er den nicht nur hat weil die nur auf die probe stellen würden klar the only thing being tested is my patience he did acknowledge the gravity of your report that is a victory we had previously been denied ja das ist wohl richtig so wenn man hier das da das da und der brüstung noch und das hier noch so wir können immer noch nicht müssen immer noch darum gammeln commander it has been a fruitful excursion we have slowed the bloom spread to a crawl upon this world fruchtbarer ausflug wir haben die ausbreitung der blüte auf dieser welt auf ein minimum reduziert leider beruht die lösung auf einem flüchtigen gemisch dass es nur hier gibt und nicht anderswo angewandt werden kann wir sollten uns wieder unsere strategischen ziele zuwenden das ging jetzt bloß um den planeten oder was so tod der unendlichkeit das ist doch mal schöne neue forschung vorgeschaltet wenn wir uns mal weiterhin hier um diese dinge hier kümmern wir werden uns wahrscheinlich nur um dieses an diesem planeten kümmern können heute leider mission ohne einsatz von willenskraft niedrige gefahren stufe probieren wir probieren so also wir haben ihn 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 apothekarius und dann tauschen wir den purgator auch noch die jester oder will ich doch mal sehen so fernkampf waffe kriegt er den nahkampf waffe da haben wir das eigentlich jeder haben als blöde besser gesagt er haben als wahrscheinlich besser rüstungstyp so ist zwar nicht so flexibel also wp bringen wir sowieso gerade nichts was ist denn mit ihm eigentlich das hatten er eigentlich ja rüstungstyp der hat jetzt das wir das bringt ihm aber auch nichts hier der musik ein bisschen mehr granaten wahrscheinlich einsetzen neun coolen holter den ich gerade nicht einsetzen kann weil ich keinen purgator habe der gut genug ist oder ich tausche den hier wirklich gegen einen purgator so was haben wir hier bei also dann kommt er hier mit war gar kein psibold da was ist eigentlich hier so ein psipulser ok der hat aktuell schaden mehr schaden gut rüst mal das ding aus ich will mal wissen wie das wie das abgeht schauen wir mal hat die da so lange rum studiert und dann war das gar nicht so heftig wie ich dachte das bringt uns gar nicht so viel oder ok los geht's dran denken ohne willenskrank kann man leider nicht überspringen genau egal wie dreckig wir werden es reinigen wir sind nämlich der reinigungstrupp hier schauen wir mal die position kennen wir schon soo sind die dran wir haben sie noch nicht gesehen wir dürfen keine willenskraft verwenden wir haben sie noch nicht gesehen wir dürfen keine willenskraft verwenden und dann schauen wir mal wie man es jetzt am besten lösen das ist eine voll deckung jeder könnte mir erstmal hier schlagen das ist doch schon mal gar nicht so schlecht gelaufen so dann könnte man ihn vielleicht noch hier treffen das ist eine ganz schöne reichweite aber es kann nicht überwachen in dem fall würde wir jetzt auch hier kommen er kommt nicht hin er kommt nicht hin gut dann müssen wir das anders machen müssen wir erstmal ein stück vor er ein stück vor und er auch noch hier so so sehr schön aber gar nicht so schlecht so so dann müssen wir eigentlich passen auf ihn ja so Köpten und dann gehts weiter oh die sind auch total nervt blöden blöden glocken so jetzt wäre natürlich die frage das kostet mich auch einen WP eigentlich ich weiß nicht, dass er eine bessere Position hat nein den nächsten angriff hmmm 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 Gut, ne, wir greifen den hier auch an. Schrei halt. Gut, dann haben wir den schon mal weg. Ja, okay, das halte ich nur aus. Ja, so auf jeden Fall ein hartnäckiger Typ. Die haben die echt Willenskraft, ne? Oh, 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 oh. Geh mal zum nächsten. Jetzt hör die Frage. Die da sind relativ weit weg. Die sind auch relativ weit weg. Ja, dann geht's. Da ist ja auch ein Tor, okay. Okay, jetzt müssen wir kurz beenden. Da sind wir jetzt zu weit auseinander. Okay, 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 ja. Okay, da sind wir jetzt mal eine Deckung weggeschossen. Wir haben eine ziemliche Reichweite, ne? Wir gehen erst mal näher ran, würde ich sagen. So, mal gucken, ob wir es schaffen, wenn er hier oben. Oh nein, jetzt muss ich ihn auch noch richtig saaten. Vielleicht, hm. Wenn mir die Saat auch egal. Gut, dann versteckt er sich da. Ich muss die Saat halt verloren haben. Egal, was soll ich machen. Da kann ich ja nicht hier mich verstecken. Ich hab genau die Hand an. Ja, 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 ja. Okay. Ja, 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 ja. So, jetzt, du bist weg. Und du auch. Wenn ich ihn dann, dann jetzt. Wenn du irgendeine Heilungspfanzer oder so brauchen. Wenn sie sich nachher noch rütteln. Das einsetzen. Oh, gut, schreit der. Okay, 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 okay. Also. Ich gehe mir erst mal hier. Hm. Eine Blütenwachs, Leute, eine Blütenwachs, eine Satze, eine lange Einsicht, eh. Naja, das wird jetzt wahrscheinlich gerade gar nicht so viel bringen. So, da kommt man nirgends hin. Einzig was ich machen kann, ist hier ein bisschen Feuer. Ich bin da, das Treffen, nee. Ich bin da, das Treffen, ja. Ahhhh. Ich hab viel viel Willenskraft inzwischen, ne. Ohne Willenspunkte zu kämpfen ist echt hart. Na, das ist doch noch. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, lassen wir uns den hier erstmal los. Oh. Geht ja gar nicht hier. Okay. So ein bisschen vor. Äh, nicht da hin. Hier hin. Ich würde Servo-Schäden ein bisschen was machen. Machen wir halt mal den hier. Miträumen wird wahrscheinlich noch nix. Der hat dafür zu viele Willenspunkte. So, jetzt kommt die Verstärkung noch. Wir haben ein bisschen unbezügliche Beziehung. Die Schöne dwindle. So. Mein Blatt ist bereit. WP, AP. Gut. Dann machen wir erstmal. Stopp. Wir gehen näher an den Vogelerrand. So, der trifft wahrscheinlich von da an nicht. Doch, kommt da sogar an. Ich nehme alles Kunde. Ich nehme alles Kunde. Nein, Herr. So. So. die halt abhaut 2 gleich um den die warbboge sind jetzt noch schneller unterwegs oder wie ja klar nein 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 schild 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 so dann schauen wir mal ob er hier irgendwas treffen kann ja ich kann wenigstens ein so n Ding kaputt machen ob das jetzt das beste ist was ich machen kann schild 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 so schauen wir mal was wäre wenn ich könnte die alle hier vernichten schild 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 Ja gut, mal gucken. Eine Runde noch. Sollte irgendwas machen, ne? Naja, nicht die beste Runde, aber wir haben es geschafft. Und wieder zwei, die Schwerverletzte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, schauen wir mal. Die Apothekarier sind wirklich widerstandsfähig. Was ist das hier? Innerhalb einer Reichhäute von 10, ein Bereich von 2 Versuchen, Null Schadenversuchen, Still. Kann keine Psi-Fähigkeiten einsetzen, na gut. Das ist auch eine Titanen. Ah, na gut, die Karius. Und Beförderung? Keine Beförderung. Ah, ein bisschen mehr LP habe ich gekriegt wahrscheinlich, oder? Gut, dann reisen wir wieder in die Mitte der Galaxie. Die Galaxie? Und schauen mal. Ob wir hier irgendwas noch machen können. Besser gesagt, das ist eine Meditationskammer. Denn sind die hier geheilt in den nächsten Runden. Okay, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ist fahrig, ist nicht bockig gerade. Sehr schön. Dann haben sie ja immer gleich Bock hängen. Naja gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.